So, da sind wir auch schon. Äh, wo waren wir denn? Ach ja, sagste. Wo, wo, wo mussten wir denn nochmal hin? Von hier kamen wir, oder? Ja doch, von hier kamen wir. Nein, andersrum. Gehst du in die andere Richtung? So. So, kurz mal kurz checken alles. Okay, alles klar. So. Waren wir hier schon dran? Auswahl treffen. Ja, ist ja gut. Auswahl treffen. Automatik-Pistolen-Bauplan. Upload abgeschlossen. Okay. So, das war der Handschuh. Haben wir eine neue Waffe? Nee. Wir haben, haben wir was zu verkaufen? Oh ja. So. Wir haben 1592 auf Tash. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir kaufen wollten. Ist schon wieder ein bisschen länger her. Ich wollte, glaube ich, irgendwie auf Schaden auch gehen, glaube ich, bei dem Schlagstock, ne? 2, 7. Weil die benutzen wir ja schon sehr häufig. 1800. Der Handschuh erhöht die Schleuderkraft weiter. Das Tier kann schwer verletzt werden, einschließlich der Verlust der Gliedmaßen. Ach, du Heiliger. Okay. Ähm. Ja. Klingt lustig. Aber ich glaube, ich spare das Geld noch mal ein bisschen. Also, würde ich jetzt mal so behaupten. Äh. So, warte. Ich mach mal so. So. Ja, gucken wir mal. Was war denn unsere Aufgabe? Boah, sieht das cool aus. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie hier Kalisto durchkriegen. Ach, stimmt. Wir sind ja in dieser Kolonie gelandet, ne? Diese frühere Mine oder was das ist. Oh, da ist eine Kiste. Und ich glaube, hier auch, ne? Kann ich die öffnen? Anscheinend nicht. Toll. Großartig. Na dann. Was leuchtet da? Schlüsselkarte. Schließe den Stromtunnel, die Tür auf. Was für Stromkabel meint ihr denn? Jetzt sind die... Hä? Kiste blau. Kiste rot. Kiste blau. Kiste rot. Kiste blau. Kiste rot. Toll. Voll die Verarsche. Ähm. Welche Kabel meint der denn? Die da oben oder was? Oder bin ich schon mal so blöd, was zu sehen? Kein Stromsasse. Kein Stromsasse. Stay away from tracks. Ja, okay. Ging's hier noch woanders lang? Nö. Oder? Nee. Okay. Hä? Irgendwie bin ich doch wieder blind, oder? Kein Stromsasser. Kein Stromsasser. Kein Stromsasser. Kein Stromsasser. Warte mal, die Kabel gehen nach da. Dann da rein. Hier ist eine Kurbel. Muss ich die irgendwie drehen? Oder muss ich jetzt an die Kisten? Nee. Okay. Ich guck mal. Wir werden bestimmt schon fündig. Ja. Hier nicht. Ich steh grad schon wieder auf dem Schlauch. Das ärgert mich immer. Schön. Geht ja gut los. So. Entschuldigung. Das heißt, ich muss hier nochmal gucken. Eine Schlüsselkarte. Vielleicht brauchen wir die Schlüsselkarte ja für was anderes, weil wir kommen hier nochmal zurück, ne? Ich guck mal. So. Waren wir da schon? Oh, warte mal. Na, hallo. Ist hier jemand? Dunga, Dunga, hier ist Dunga oder Spiel speichert ist kein gutes Zeichen. Lokalisiere den Stromreaktor. Darf ich, darf ich mal bitte sagen, wie cool das immer noch aussieht, äh, das Spiel? Unabhängig von den ganzen Start des Games und alles. Ich geh, glaub ich, erst mal da lang. Helm auf. Hab ich nicht. Flackernde Lichter. Ähm. Na toll. Dr. Shien Yu. Außenprotokoll 3. Da gucken wir doch mal. Nein, wie war das nochmal? Nein. Äh, wie kam ich da nochmal hin? Ach so. Äh, die Uhr hinaus. Protokoll 3. Das hier. Ja. 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 Wussten Sie, was da unten vor sich ging? Wussten Sie davon? Mua. Mua. Natürlich wussten die davon. Selbstverständlich. Also haben die quasi hier diese... Schön. Also auf der Mine haben die quasi das Gefängnis dann gebaut. Verstehe ich das richtig? Dich? Okay. Hallo? Wo will er hin? Wo kommt der her? Das ist viel zu ruhig. Hinter mir auch? Ah ja, stimmt. Die waren ja blind, ne? Da war ja was. Aber nicht taub. Du hast da was. Wo ist der andere? Der ist explodiert, ne? Aber den kann ich trotzdem, glaube ich, nochmal treten. So, komm her. Ah. So. Ich will deine Credits. Du Sau. So. Jetzt hab ich's gesagt. Wo ist die... Da ist die Kiste. Holy shit. Also, wir können klettern. Wir können wahrscheinlich auch hier, oder? Ja, ich hasse enge Gassen. Ich bin da kein großer Freund von. Ich würd liebend gerne, glaube ich, hier lieber. Ja, da bin ich auf der sicheren Seite. Das ist mir lieber. Oh, hallo Freunde. Ich grüße euch, na? Wie ist die Lage denn so? Hm? Sag mal. Wie ist das Wertebefinden? Geht's euch gut? Ist bei euch alles in Ordnung? Bläh, bläh. So, wir haben vier Kandidaten. Wir haben da ein paar Eispickeln. Kann ich mich vorbeischleichen? Wird ja gern einen da oben so, ne? Da, geh weiter. Geh weiter, 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 weiter. Der dürft mich ja nicht bemerken, eigentlich, wenn ich hier stehe, oder? Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich muss den letzten nehmen, glaube ich. Wie niedlich er da wandert. So. Ah, du hast da ein Messer stecken. So weit kann ich den nicht werfen, ne? Oder? Bist du, da komm ich nicht mehr dran. Scheiße. Was ist mit ihm? Den stechen wir jetzt auch. Moin Cookie, grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, wir schleichen wieder durch. Kalisto, sein Erbe. So, aber den treffe ich, glaube ich, nicht, ne? Ach, shit, Mann. Scheiße. Egal. Weiter geht's. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Kiste nehm ich mit. Auf jeden Fall. Gesundheitsinjektor, sehr schön. Ja, für YouTube. Oh, nein. Ja, für YouTube geht's weiter. Mir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, bei dir ist alles im Lot. Und du freust dich aufs Wochenende. So, hier, bam. Keine Arme, keine Beine, keine Führerscheine. Hier, da kommt noch ein Pack. Dann künd... Ich kündige. Es war so klar. Was ist denn mit dem? Geh weg. Du auch, geh weg, du stinkst. Nach Magi. Obwohl Magi lecker ist. Das hat der andere gehört, ne? Ne, doch nicht. Dup, dudu. So. Treten wir mal drauf. So. Okay. Oh. Nein. Ernsthaft? Wo kommt der denn her? Ja. Habe ich keine Dings zum Nachladen mehr? Keine, äh... Shit, habe ich nicht mehr. Ich habe kein... Keine Gravity mehr. Wo ist denn der eine? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hier ist einer. Bleib Stormboden! Wird man dich loben. Hier ist noch irgendwo einer. Da. Ach, zwei stehen in der Ecke. Und ich muss die Treppe hoch. Natürlich. Sie blockieren die Ecke. Ja, einen Moment. Das kriegen wir hin. Dup, dudu. Dup, dudu. So. Was machen wir denn mit den beiden? Aber wir kommen ja nicht an die vorbei. Ungesehen. Scheiße. Die sind doch so platziert, dass man an denen vorbei muss. Mann. Mann. Ach, habe ich doch noch. Guck an. Komm mal her. Gesell dich mal zu deinem Kumpel. So, habe ich ja doch noch gehabt. Das geht ja. Sehr schön. So. Sonst soll jemand ohne Fahrschein? Nein. Da geht's lang. Oh, Spinde. Ja. Ich habe... Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Freunde, nee, nee, nee. Wie wechsle ich denn nochmal die Waffen? So, ne? Welches Ding ist denn das? Das da oben? Nee, das, ne? Lieber mal alle Eier erschießen. Besser ist das. Wie gemein. Gut, jetzt haben wir wenigstens kein Leben verbraucht. Das ist schon mal sehr schön. So. Okay. Dann haben wir das. Gucken wir mal, wie viel Kohle wir jetzt haben. Das ist sehr schön. So, wir brauchen immer noch 2,7. 2041 haben wir. Ich würde gerne leveln. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde das gerne leveln. Die haben wir jetzt noch explosivgeschossupgrade. Stimmt ganz geil. Stabilität. Schaden wird nicht besser. Ja, vielleicht den Handschuh nochmal. Mal gucken. Aber ich würde auf jeden Fall auf die 2,7 sparen. Do not touch. Do not touch. Do not touch. Oh nein. Besser ist. Okay. Der Generator. Hoffentlich geht er noch. Der Generator. Sagte er. Der Generator. Generator. Hast du noch was für mich? Außer. Öh. Ist das seine Hand gewesen? Ich weiß es nicht. Und noch tiefer. Und noch tiefer. Und noch tiefer. Gehen wir nicht. So. Gesundheitsinjektor voll. Kann gar nicht sein. Wir können auch gar nicht so sparsam sein mit unserer Munition und Leben und alles. Wahrscheinlich werden wir es gleich brauchen. Ich weiß es jetzt schon. Wir müssen also runter, sagst du? Oh nein. Und da hängt doch schon einer im Gebälk. Ich sehe es doch schon. Das wird ja großartig. Die kommen bestimmt raus. Wecken. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Na? Wer hat's gewusst? Ich hab's gewusst. Soll mir egal sein. Ich gehe zum Generator. So. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Untertitelung des ZDF, 2020